Jetzt muss ich noch ein, zwei Tore warten, bis ich überhaupt essen kann. Hat mir einer den Sprengstoff weggeschossen. Das ist aber Basti, die Penner, oder? Ist der Tor nicht schon weg? Oh ja. Lauf! Lauf, Basti, lauf! Nein, ach, ich bin noch grad am Tor. Oh, Basti... Was fährt die kritische Grenze? Er reicht der Linie. Och, Magno... Ja, Magno, mein Zivilgezündet, der Penner. Und ich steh da vor, weil du wächst das ganze C4 in die Fresse. Das gibt's ja gar nicht. Ja, aber warum stirbst du denn dabei, wenn nicht jemand anderes das zündet? Weil's Basti ausgelöst hat, war ja mein Trick hier. Ja, aber... Aber dann ist das ja seine Explosion, nur du stirbst ja von dem eigentlich nicht. Wie er einfach hinter mir spawnt, ohne Lull. Hier schon wieder anfängt zu pumpen, der Kleine. Live aus dem Kreißsaal. Ja, hier we go again! Ja, hier we go again! Oh ja! Oh, das war ein nice Schutt! Tja, ist selber schuld, wenn der da so angesehen gekommen ist. Na, hast du's jetzt? Nein. Oh! Wo ist der Sniper? Wo ist das denn? Was sagst du mir? Auf D, bei D auf dem Dach. Danke. Machen Oh wow! Wie er das immer macht. Weswegen würde ich eigentlich, Bitte?! Weil er mich mit dem C4 weggeballert hat. Aber das ist auch ein... Puh! Hausgedorn. Haus! Der BTR. Von ganz da drüben, klar. Haus! Heißt mir doch ziemlich gut. Haus! Oh mein Gott! Wieso Haus? OMG OMG Haus! Ja, okay. Hier kam nur noch ein Zvani raus. Okay. Hast du mal irgendwo ein Medic-Bag, bitte? Hab ich! Mary auf meinem Weg. Legt ihr hier noch eins hin? Dann kannst du dich Stück für Stück heilen. Ja, wie so Brotkrum, bitte. Ja, ja. Lieber Hänsel und Gretel. Ich will jetzt den Weg aus dem Wald finden, den musst du mir zeigen. Boah, ich hätte gestern echt nicht so viel saufen sollen, ey. Ich habe einen übelst schlechten Morgen. Hahaha. Wie kann ich mit 8 zu 26 noch Erster sein? Ihr wollt mich doch verarschen. Hast du Squad Leader? Ja. Ja. So. Jetzt. Jetzt kommst du. Ich glaube ich habe 280.000. Was zur Hölle? Was ist denn da bei mir explodiert? Das gibt's denn nicht. Was ist da explodiert grad? Explodiert irgend so was? Das war der Turm. Das war die Bombe. Echt? Oh Gott. Das war die Bombe, ja. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Achtung, Achtung, Achtung. Wow. Basti! Du hast grad gesagt! Oh Gott. Was ist jetzt schon wieder los? Der Turm explodiert. Links von dir muss da was sein. Genau in dem Moment war ein Basti halt raus und wird vom Turm erschlagen. Und ich saß mit drin. Wo bist du denn? Hat keiner gesehen. Pass auf. Hast du aufgenommen? Bitte sag ja. Bist er tot oder lebt er noch? Hahaha. Du Penner. Du dreckige Sau. Du bist so ein kleines Stück Kot einfach nur, ne? Du bist es aus, dass ich... Boah du Dreckiger. Boah. Penner, verpiss dich. Hau ab. Du bist so ein Drecksack, ne? Du bist so ein Drecksau. Sehr froh, dass ich dich wiederbelebt hab, ey. Jaja. Du kannst mich mal, Junge. Warum unbedingt mal Munition? Hat immer Munition hier? Das ist eingerahmt von zwei Bergen, ne? Ich kann schon nicht ausweichen und die Dreckzau überfährt mich. Ich könnte dich ja grad schon werden, ne? Du hast mich... Du hast gesagt, beide Sachen stinken. Matthias, stell bitte. Also kriegst du gleich die Quittung dafür. Stell bitte. 'm brauche ich noch nichts sagen, naja jetzt doch, ja. Braucht heute die Lichtglisse. Wieder in der... NICHT... Nachdem wir da in y'r... ... wieder in den... DING. Baartman gehört nur dir den Foxfreund. Da steam ihr Al pol largest Und Denton, dass ich gerade dazu nichts sage, sollte dir dazu klar sein, dass du da noch ganz schön für leiden musst, du kleines Arsch. Der kommt. Ich glaube, es hat überfährt mich. Vor allem war es nicht nur einmal, das wäre ja schon schlimm genug, aber dann noch ein zweites Mal. Du bist so eine Ratte. Das ist unfassbar. Vor allem, du bist im letzten Moment auch noch nach links gelaufen, genau davor. Das war so göttlich. Nein! Nein! Du Penner, warum rennst du im letzten Moment auch nach links? Weil ich gesehen habe, du Vogel. Jetzt habe ich mir gerade deinen Kit geschnappt, aber du hast auch keine Muni mehr. Was sieht aus wie eine Robbe, ist aber ein Elefant? Was? Basti? Achso, Seku. Finde da gar nicht witzig, habe ich das Gefühl. Ich habe gerade zum Knacken im TS gehabt, was war? Oh, komm schon. Das ist der Jan, der unten bei Bravo mit dem Tank steht. Ich stehe gar nicht mehr mit dem Tank da, ihr Penner. Hau endlich ab! Wer ist das? Der macht mir alle mein Spielzeug kaputt. Ja komm halt her! Kannst du ja auch rappen, ich habe so eine Torch dabei. Und tschüss. Was? Ja, dich nehme ich noch mit, ey. Schat nach! Was? Ey, jetzt ist mal nachgelebt. Ey, ich bin doch keine Gangbang-Nutte, Mann. Kommst du denn da drauf? Geh da mal ran oder was? Weil von einem Seiten gefickt werde, Mann. Von rechts, von vorne, von hinten. Ich bin doch keine Gangbang-Nutte. Wahnsinn, Leute. Toll, du hast ihn kaputt gemacht. Hi, Bebe. Ja, ja. Ja, ja. Alter, 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 alter. Heiß grad mal... Kommt hier auf einmal wie so... Oh, der ist halt reingesprungen, ey. Alter, hätte ich auch viel, dass ich mal ne Moss wegwerfe. Alter, schweig. Ey, ruhig dich wieder. Boah, lecko Mew. Wenn ich vor dir nachgeladen hätte, hätte ich es geschafft. Aber du hast es nicht geschafft, das war das Wichtige. Unten? Ne, geht oben lang. Kommt unten. Geht oben. Kommt unten. Geht oben. Geht unten lang. Ey, wie lang man es einsehen kann, ne? Das ist so unfair. Ach so! Ah, jetzt, ich hab's verstanden. Was glaubst du, warum ich ständig die Richtung gewechselt hab? Warum wär's nicht einfach stehen geblieben? Weil's so witziger war. Da! Denk hab ich auch gesagt, ich hab keinen Bock mehr. Ach, da kann man nicht drauf stehen. Warum mag denn keiner mehr zu mir kommen? Wo ist denn diese Hans-Wurls? Dein Hunter nie abgeholt. Alter, ernsthaft. Was ist denn jetzt los? Was sagt denn? Was sagt denn? Ich hab keine Ahnung, ob ich da rein brauchen wir mit. Mal erst mal mitlochen. Fängt der einfach an? Hab dich schon. Oh, 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 oh. Cool die Sache. Na, geil. Habt man's, Flo? Da ist noch einer direkt in dem Haus. Achtung. Das sind drei Stück. Vier sogar. Ich hab dich gewarnt. Ja, was soll ich machen? Erst mal den Mund leer. Das wär vielleicht mal ein Anfang. Ja. Ich hab den Bruchtag aufgesessen. Dann wär ich mehr wie wir. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.